Harmonie und Fairness Also für uns war das einfach ganz eine besondere Herzensangelegenheit, weil wir finden im Reitsport, gerade auch in der Dressur, möchten wir einfach wieder diese harmonischen Bilder, diese Partnerschaft zwischen Reiter und Pferd, diese Einheit, das möchten wir einfach wieder in den Vordergrund bringen. Der Preis ist sehr attraktiv. Zum einen ist es eine tolle Auszeichnung für uns Reiter und zum anderen ist es natürlich auch eine Summe Geld, die sehr schön zu haben oder zu gewinnen. Die Zuschauer voten ihren Favoriten, wo sie der Meinung sind, das war die beste Prüfung, das war harmonisch, das war eine Einheit, das war Gänsehaut. Ich finde es total klasse. Ich habe einfach Mitbestimmungsrecht und alles für die Fairness. und für das Tierwohl. Einfach super. Wenn Laien mit abstimmen, die sehen, was sie sehen und betrachten das sehr objektiv. Und sie sehen, wenn was fein, fair und schön aussieht und nicht unbedingt, wie es jetzt technisch ausgeführt wurde, ob das jetzt eine Acht oder eine Sieben war. Und von daher ist es schön, dass auch gerade die Personen mit abstimmen können und von denen dann das Lob oder die Auszeichnung bekommen oder die Sterne zu bekommen, ist natürlich was Tolles. Ich freue mich sehr. Es ist eine Mega-Auszeichnung, das ehrt mich und das ist toll, dass es diesen Preis gibt. Und zum anderen war es nicht immer leicht mit meinem Pferd. Und das ist noch umso schöner, dass ich jetzt zeigen konnte, dass wir eine Einheit sind, dass es schön aussieht und leicht aussieht und harmonisch aussieht und ja, es freut mich.